Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Bitcoin Tutorial. Heute geht es um Mining Pools. Und zwar wollen wir heute klären, warum es diese Dinger gibt und was genau da eigentlich passiert und wie sie funktionieren. Gut, also zunächst einmal, so ein Pool wird normalerweise leider zentralisiert geleitet. Es gibt einen speziellen Pool, nennt sich P2 Pool, den behandeln wir nächstes Mal. Aber ein normaler Pool ist zentralisiert. Das bedeutet, ihr habt dieses dezentrale Dingens, was eigentlich Bitcoin so geil macht, nicht mehr. Dafür habt ihr jetzt hier eine Verbindung und ihr müsst vor allem als Miner nicht einen wirklichen Fullnode laufen lassen, sondern es reicht euch einen SPV-Node und eben die Verbindung zu eurem Pool. Der Pool muss natürlich einen Fullnode laufen lassen, damit er auch die Blockchain am Ende broadcasten kann. Sprich, wenn jemand was gefunden hat, dann kann er das dem Pool sagen und der Pool meldet es dann an das restliche Bitcoin-Netz. So, und wie wird das Ganze jetzt gehandelt? Das heißt, es verbinden sich hier zum Beispiel jetzt fünf Miner in diesem Pool und die wollen gemeinsam einen neuen Block finden. Okay, kurz noch, bevor wir zu dem wirklichen Mechanismus gehen. In der Praxis ist es so, dass Pool-Operator, so nennen die Leute, die einen Pool verwalten sich, die verlangen normalerweise eine gewisse Gebühr von euch. Das heißt, ihr werdet auch nicht für gratis in diesem Pool minen können. Das heißt, wenn ihr alleine seid, habt ihr natürlich einfach hier die Chance, ich kann einfach so irgendwas minen. Ich muss dafür nicht wirklich was bezahlen, außer meinen Stromkosten. Aber ich kann natürlich hier ohne Gebühr minen. Aber die Chance, dass ihr was findet, ist halt quasi null. Und bei einem Pool habt ihr eine reelle Chance, da auch wirklich was im Pool zu finden. Weil einfach das Pool-Target deutlich niedriger ist, als das eigentliche Bitcoin-Target. Wie das Ganze aussieht, gucken wir uns jetzt mal kurz an, an einem kleinen Würfelbeispiel sozusagen. Das heißt, wir würfeln jetzt hier tatsächlich. Und ja, links haben wir den Pool. Und für den soll es sein, dass ihr weniger als eine 5 würfelt oder eine 5 würfelt, damit es vom Pool akzeptiert wird. Das eigentliche Bitcoin-Target liegt allerdings bei 2. Wir würfeln mit einem 6-seitigen Würfel. Das heißt, die Chance, eine 2 oder eine 1 zu würfeln, könnt ihr euch ausrechnen, ist ein Drittel. Ist nicht wirklich viel. Wenn ihr eine 5 würfeln wollt, habt ihr 5 Sechstel, also weniger oder gleich viel wie 5 würfeln wollt, habt ihr 5 Sechstel Chance. Das heißt, schon relativ hoch. Gut. Und ja, das sind im Endeffekt die Targets und das Würfeln bezeichnet jetzt hier natürlich das Hash ausrechnen. Aber was anderes wie Würfeln ist das im Endeffekt nicht. Man muss einfach alles durchprobieren. Man hat natürlich unendlich viele Versuche, aber man muss schneller sein als die anderen Pools eigentlich. So ein bisschen zumindest. Okay. Gut. Was passiert jetzt hier also, wenn ich jetzt in meinem Pool meine? Naja, sagen wir mal, ich berechne einen Hash. Okay. Ich würfel eine 5. Das ist jetzt okay für den Pool, aber reicht nicht für Bitcoin. Das heißt, es passiert erstmal gar nichts, aber ich habe trotzdem meine Aufgabe für den Pool erfüllt. Okay. Also ich würfel weiter. Ich würfel eine 4. Gut. Reicht für den Pool wieder, aber reicht wieder nicht für Bitcoin. Dann würfel ich eine 6. Das reicht nicht mal mehr für den Pool. Dann würfel ich wieder eine 5. Das reicht wieder für den Pool. Ich würfel eine 3. Da sind leider zwei davon abgeschnitten. Das reicht fast für Bitcoin, aber nicht ganz. Und es kommt halt wirklich auf genau das an. Und dann würfelt man eine 2. So, diese 2, die ist jetzt auch wirklich für Bitcoin ein Treffer sozusagen. Das heißt, hier haben wir insgesamt genug gewürfelt und können jetzt hierher gehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier eben meine 2 gewürfelt und ich möchte das jetzt in mein P2P-Netz promoten. Das heißt, ich gebe einfach diesen gefundenen Block, den ich ja eigentlich gerade gehashed habe, gebe ich weiter und jeder weiß, der Pool hat diesen Block gewürfelt. Oder hat diesen Block ausgerechnet. Und ja, was dann zurückkommt, ist natürlich der komplette Gewinn. Das heißt, man bekommt die Coinbase-Transaktion und alle Fees. Also man bekommt erst mal momentan 12,5 Bitcoin plus alle Fees, die überhaupt von den Transaktionen stimmen. Achtung! Hierbei ist auch anzumerken, dass der Pool alles vorgibt. Der Pool sagt, welche Transaktionen werden genommen. Der Pool sagt, was jetzt genau hier als Zufall bestimmt wird und so weiter und so fort. Aber ja gut, ich meine, es gibt ja genug Zufälle, also genug, was man irgendwie verändern könnte, um jedem seine Arbeit zu geben. So, diese Coinbase-Transaktion bekommt jetzt allerdings oder generell diese von mir aus 13 Bitcoin bekommt jetzt nicht nur derjenige, der die 2 gewürfelt hätte. Das wäre der Fall, wenn er Solo-Miner wäre, sondern er bekommt einen Share und jeder andere, der das Pool-Target auch erfüllt hat, bekommt auch einen Share. Das heißt, diese 13 Bitcoin, die sind sozusagen aufgeteilt jetzt hier unter 5 Leuten, weil 5 Shares erstellt wurden. Und das bedeutet, aus diesen 13 Bitcoin werden halt nur noch 13 Fünftel Bitcoin, also immer noch mehr als 2 Bitcoin pro Person. Das ist schon noch ein ordentlicher Gewinn dafür, dass man einfach nur würfeln musste. Und ja, jeder ist sozusagen glücklich, auch wenn eigentlich nur einer von 5 Leuten es geschafft hat, hier unter die Bitcoin-Grenze zu kommen, haben es doch 5 Leute geschafft, wirklich unter das Pool-Target zu kommen. Nur der da unten, die Nummer 6, die geht leer aus, die bekommt nicht mal den Share. Ja, und das ist im Endeffekt alles, was ihr da zu wissen müsst. So funktioniert im Endeffekt eigentlich ein Pool nach diesem Prinzip. Und ja, das Protokoll, was ihr euch hier vielleicht genauer angucken könnt, wenn ihr euch wirklich da sehr, sehr reinfuchsen wollt, das ist das Stratum-Protokoll oder Stratum. Und schreibt sich auch genau so, S-T-R-A-T-U-M, Stratum halt, so wie man spricht. Und ja, dazu werde ich jetzt wahrscheinlich kein Video machen, denn das ist wirklich nur sehr, sehr speziell. Das müsst ihr auch eigentlich nicht mal wissen, um einen Miner zu benutzen oder anzuwerfen, denn das wird alles automatisch benutzt von eurer Software. Was wir uns allerdings definitiv noch angucken wollen, ist der P2-Pool. Das ist nämlich ein ganz besonderer Pool, denn hier sehen wir ja jetzt, also bei dem Pool, den ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, hat der Pool-Operator wirklich die komplette Macht. Wenn der Pool-Operator Scheiße baut, dann habt ihr ein Problem, dann kriegt ihr nämlich gar nichts. Und wenn der Pool-Operator, also der Pool-Operator bestimmt ja auch nachher das Target erstmal natürlich. Und ihr könnt aber, wenn ihr was gefunden habt, diese Bitcoin-Transaktion nicht selbst weiterleiten. Das heißt, ihr habt eigentlich gar nicht die nötigen Informationen zum Sagen, ich habe jetzt hier einen Block-Header gefunden, ich promote den, denn ihr wisst nicht, welche Transaktionen drin sind, ihr wisst nicht, in welcher Reihenfolge die sind, ihr wisst im Endeffekt gar nichts. Und das Problem, was man natürlich dann hat, ist, der Pool-Operator kann einfach sagen, er streicht die komplette Coinbase-Transaktion ein und gibt halt nicht bekannt, dass da auch wirklich ein neuer Block gefunden wurde. Das bedeutet, ich habe natürlich das Problem, ich kann hier jetzt eigentlich nicht wirklich mich drauf verlassen. Ich muss dem Pool-Operator vertrauen und das ist eigentlich das, was man bei Bitcoin abschaffen wollte. Man wollte niemandem mehr vertrauen und deswegen ist es so, nicht ganz so toll zu betrachten, aber alleine zu meinen lohnt sich halt überhaupt nicht mehr, wenn man vielleicht, keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre warten muss, bis man endlich mal Glück hat und eine Coin findet. Und ja, dann noch die steigende Difficulty und so weiter. Also ob sich Mining für euch lohnt, das werden wir sowieso noch in einem separaten Video behandeln, aber bis dahin soll es das erstmal gewesen sein. Nächstes Mal gucken wir uns den P2 Pool an und ja, wir hören uns. Bis dann, ciao!